Herzlich Willkommen Freunde und Zuschauer von TheKeyzuki Jo, hi! Hi! Ah, jetzt hab ich fast den Start vergessen Ja, den A-Taste drücken so ungefähr, ja? Ja Der befindet sich auch auf deinem Controller Nee, den hab ich rausgemacht im Knopf Achso Was hast du denn da für einen Buchstaben? Ich kann grad nicht gucken, mein Daumen ist drauf Den kannst du doch mal runter machen und nachgucken Genau Bleib einfach mal mitten auf dem Offroad stehen Klar So wie sich's gehört Ja, ich seh schon wieder einen Koopa-Kid Arr Oh nein Aber es ist immerhin nur Roy, der geht noch Roy geht noch Der hat ne Brille Ja Und da ist Roy Oh, Schaden, ich dachte, ich treffe Birk Oh ja, in Schatten, ungewollt Oh mein Gott Aha, Bowser Okay, ich hab nur die Banane von der Crazy Eight hier abgekriegt Oh mein Gott, hinter mir ist ein Ja, voll lauter Rückspiegel Geh weg, Rahmen So Erstmal Ich hatte schon Angst, weil der mit nem Stern hinter mir war Bis ich gesehen hab, dass er schneller war Ja, ist mir so egal Oh Wenn du nen Stern siehst, fährst du einfach weiter, hast keine Angst Jo Also du siehst, dass hier ein Offroad-Shot-Kart-Möglichkeit ist, dann niederum nicht Oh, was stehst denn du da so? Ja, ich wurde mal wieder weggeräumt Oh, ich hab das super, super Item Oh, ich hab das super, super Item Na gut Einen Pilz höre ich mir auch So Ja, komm schon Münze Kein Geld für mich Nur weil ich kein Barrio hab Oh Peach, das rocken wir Los Oh yeah Oh yeah Oh Muss ich aufpassen, dass ich nicht in dich fahr jetzt mit dem Goldpilz Oh Gott, ich muss eher aufpassen, dass ich nicht runterfalle Oh nein Das rote Oh man Ja Ich merke, wie schlecht ich wieder fahr Das rote Roy Lern fahren Und hüpfen jetzt so rum wie so ein Kanickel Oh, oh, oh Oh, dankeschön Kann abkürzen Der Stern kam mir grad gelegen Der Stern Deiner Hä, von mir hast du keinen Stern Hä, ich hab mir gerade von dir von der Crazy Eight einen Stern geklaut Ich bin aber selber mit dem Stern gefahren Ja, dann hab ich durch lag deinen bekommen Und du hast deinen trotzdem noch gehabt Okay Nice Volles Teamplay Ja toll, ich hab kein iTunes nebenbei für den letzten Abschnitt Nein Varios hinter mir mit nem Stern Nose Oh shit Dirk, ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich Nein Schade Der Dirk wurde weggerammt WTF Oh fuck Der wurde noch weggerammt am Ende Mh Wer das letzte Mal Oh man Der arme Dirk Der ganz ganz arme Dirk Mh So, weiter im Text Würde ich sagen, oder? Mh Mal gucken, ob du diesmal auch mit nach vorne kommst Welche Strecke kam überhaupt dran? Ich war ihm voll verpeilen Ahhhh Jetzt, jetzt, jetzt kommt's wieder Oh ne Ich mach diese Strecke durch Ich hube erst mal ein paar mal Ich auch Oh Strange Blick von Peach Ähm, ich sollte auch wirklich die A-Tasse drücken dann auch Ah, ein Pilz Na ja Ganze Dam 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 Wario beißen Oh Ich hab ihn, ich hab ihn nicht gebissen Jetzt hab ich ihn erst gebissen offiziell WTF Okay, in der ersten Runde ist es heftig, wenn du einen Pilz bekommst Dann kommst du voll gut nach vorne Ja, da kommst du aus dem Getümmel raus, das ist gut Ja Weil du direkt den Shortcut nehmen kannst Äh Oh Okay, der Drift geht eigentlich so mit dem Ding hier Wow, dann Boomerang Ich hab er selber Aufstellung genommen das letzte Mal Na, ich switche ja immer ein bisschen Autsch Bombe Alter Münzenhagel hier Ah 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 Oh, ne Nein Blupper Aua Shit Grüne Na gut Mom Wario, kann's bitte mal passieren Nein Okay, da hab ich nicht Ach Das war mir so klar Der schießt die Grüne nicht, wenn irgendwer anders da vor einem ist Aber wenn ich den überhole, dann schießt der so Hm Oh, so ein Drecksack Oh, hier sind Ach, das war der Crazy 8, die hier kaputt gegangen ist Ich hatte grad keine Möglichkeit gehabt, egal was ich gemacht hab, ich hab verloren Hinter mir einer mit, äh, zwei roten, äh, zwei Leute mit nem roten Panzer und vor mir einer mit drei Ha Das Arsch gerade für dich Ja Oh, ich hab das beste Item im Spiel Aloeigi Give me deinen Windschatten Ach, schade Ich hab grad von Wario den Windschatten genommen Ich weiß aber nicht, ob der so gesund ist Naja Oh, ich Kann man sehen, wie man will Will irgendwas rammen mit Stern Nein Da Da hat man schon Da hat man schon einen Stern und einen Pilz und ist lang trotzdem nett, um jemanden zu rammen Na Hä, kommt denn der Roy her? Wo ist denn der her gespawnt? Keine Ahnung Komm, schieß doch mal Hallo, der steht direkt vor dir Machen die vielleicht Teamplay Keine Ahnung Das sind Franzose und Engländer, komm Ja, ja Gut Vielleicht noch nicht Ah Mann ey Dabei wollte ich ihm kann nur einen schnellen Items-Foodsch machen und der wird mir zum Fängnis Weil ich da so kacke mit Fader noch einmal Aber der hat nicht geschossen hier, wieso? Der hätte so locker den abwehren können, den Roy Nö Ah cool, letztes Item, bitteschön, für euch alle Alle, die vor mir sind Bäh Ach, Ramon, hast du jetzt tatsächlich Nooo, der Rote Du Sau Du bist jetzt genau an den Roten gefangen, seriously? Ja Oh man Und damit hat mich Ramon noch gekriegt Ja Eigentlich war der Rote an Ramon gerichtet, aber gut Der war schon ausgeschaltet, keine Sorge Hm Es halt immer so die Sache Auf geht's in die Röhrenraserei Oh ja Und das gibt Rache für deine Rote Die zwar nicht beabsichtigt war, aber okay Irgendwann krieg ich dich dafür nochmal dran Ja Ich überfahre dich mit dem Stern oder sonst was Oder hub dich zu Tode Oh ja Ich hub den Metal Mario vor mir Zu Tode Ja, hub ihn mal an Wo haben wir diese dicken Schildkröten? Hier gibt's eindeutig zu viele Au Äh Die Scrumme immer Oh Gott Kein Windschatten Gange Ja Item Und Ah doch, da ein Mist Au 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 Ich hatte die Rote schon Die, die hast du ziehen konnte, aber die konntest du nicht Rechtzeitig ziehen Wow Die Aktion hätte beinahe Ein Untergang werden können Ja, wuhi Wuhi dich dahin Mario Oh, geil Wir haben sogar zwei Marios Wow Die dürfen definitiv Peachnet überholen hier Und auch nicht abschießen hier Au Im Shortcut ein Greenshell bekommen Geil Ja Ich sag ja, die Greenshells sind hier Fatal Ja, die sind teilweise nützlicher als die Red Shells Teilweise Naja, die Red Shells sind hier auch jetzt fast unfehlbar Die kannst du ja nicht meine Wänden kaputt fahren lassen Oder sonst was Gar nix Hm Yeah Da ist der Panzer, der zurückgekommen ist Hat den getroffen, aber er dürfte weiterfahren Wegen Lags Geil Sowas mag ich So, da bist du Äh Moment Ich mach mal grad ein paar Plätze gut Sicherheitsabstand Ähm, du solltest mich nicht rammen Mädel Das ist so geil, die rammt mich schon die ganze Zeit weg Boah, das ist der Hammond Der spamt hier zurück, ey, dieser Drecksack Die Wendy rammt mich die ganze Zeit Ich hatte drei Greenshells und die wird nicht von einem einzigen getroffen Im Gegenteil, ich verliere zwei Stück Ja, ich hab das gesehen im Flug Sein Ich hab den Gumba leicht gestriffen Äh, nicht die Wandstreifen Ähm Boah Da hab ich die Kurve zu weit aus Ich bin nicht runtergefallen Ja, ich auch Ja Aber ich hab drei Pilze zum Ausgleich Nein Boah, Tick Viel Spaß Pflanze Ah Hinter mir ist ein Ah, okay, ich hab das Super-Item schlechthin jetzt für den Entspurt Ja, ich auch Nein! Gibt's nicht Ich wurde runtergeblitzt Ich nicht Ja, jetzt kriegt die Wendy mich da durch, oder was? Loll, da lag ein Pilz vorm Shortcut Willst du mich verarschen? Und der Roy, der kriegt mich Die Wendy hat mich dadurch auch bekommen Geil Obwohl der Roy... Kann der überhaupt mehr Tempo haben? Mit der Konstellation, die er hat? Roy war doch dieselbe Gewichtsklasse wie... Rosalina, oder nicht? Ja Der hat aber ja, das ist ein Fahrzeug, was relativ wenig Speed gibt Und ich hab ja das Highspeed-Fahrzeug dagegen Vielleicht mit Münzen gehabt? Nach nem Blitz Könnte sein So, was sehen wir in den Augen da? 8.485 Punkte Ja, und noch ein anderer mit aufgerundet 7.000 Ja, mal gucken, wie das aussehen wird Ja, wir hatten ja eben schon das Vergnügen, ihm ein bisschen zuzugucken Ja Aber besonders fand ich das jetzt noch nicht, was man da gesehen hat Also, jetzt nicht irgendwo... Hyperskill-Tricks, oder was... Wow! Du tacklst mich weg, du bist fett Nimm ab! Ne Oh, da ist ne andere Rosalina Boom! Hier, der Konkurrenzkampf... Tussen hier Das gibt's ja nicht Ja Und der Querschläger trifft... Niemand Och, schade... Das ist aber eine Pause, fährt runter Ach, guck mir mal hier unten Sieht auch schön aus Münzchen, jeeey Ich hab keine gekriegt von dem Ei Ne, ich meinte auch nicht die vom Ei Ich meine meine Eltern Achso War War Da bumm sie komplett völlig nah Hinter mir ist einer mit Stern Haaa Ey, Bowser, hör aufs noch besoffen rumzufahren hier Alter Alter WTF geht mit dem ab? Alter Da wär'n ja voll Slalom Man, mir merkt, ich hab nicht genug Münzen, ich komm net voran Pfff, dann gleichen wir's eben damit aus Give me... Münzen Müsst ihr letztens nicht gekriegt Eine brauch ich noch Bei mir hast du gar keine willkommen Also außer einer Oh, geil Peppa Mist, wo ist die hin? Seh nix Oh, da liegt eine Bananenschale WTF, wo kann... wo sind die Münzen? Wo sind die Münzen? Da sind irgendwelche Münzen auf dem Gras gespawnt WTF, was ist denn hier los? Ich hab'n gesniped Yes Du Shell Wow, die ging knappe hin vorbei Wow Autsch Oh, danke Rosa Goldie Peachy Äh Alter, dieser Rückspiegel in Kurven ist so heftig Ja, der fühlt sich richtig hart an Gib mir was Give me item Oh, give me good item So Ja, ein Pilz Das hab' ich gebraucht So Nein, dieses Ei Ganz einfach Den Typen mit den hohen Punkten mal einfach ausschalten Hältsch aus So Dieses doofe Ei Ja Und durch Ich bin letzter Mit dem Kack-Ei, das hat mir die Zufahrt genommen Ne, drittletzter Die Wendy ist ziemlich weit hinten Na gut, Freunde, da würd' ich sagen Das war's für dieses Mal Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Ciao